Ich komme kurz hier oben von mir, damit man sieht, dass ich auch fahre. Das ist gut. Ich mache das jetzt ein bisschen unkontrolliert, das kann man ja auch rausschneiden, denke ich mal. Ja, ich hatte das Ding da, das ich stativ anheben kann. Du musst gucken, du musst fahren, guck du. Ich sehe schon. Ja, weil du kannst nicht da auch noch mitgucken, weil das wird nichts zu gefährlich. Nein, ich bin gleich zurückgegangen. Wir müssen jetzt auch wieder um die Ecke pegen oder was? Ja. 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 Ich glaube, man sieht das nicht. Oh, doch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, ob Sie die Head-Up-Display haben. Die Karte ist holding die Kamera für mich. Ja, ich denke, Sie sollten sie sehen. Ich denke, Sie sehen, die Head-Up-Display haben. Vielleicht nicht. Ich denke, Sie sehen, wir sind nicht mehr so, aber Sie sehen, das ist superimpost auf der Black Ford in front of uns, das ist 0 kmh. Das ist die Head-Up-Display in der Windschild von dieser Fahrer. Und es hat verschiedene Settings. Wenn ich auf die, was es called? Cruise Control. Und jetzt kann ich auf die Cruise Control, ich denke. Oh, vielleicht nicht. Vielleicht hast du mich. Ich denke, du hast du mich. Ich denke, du hast du mich. Ich denke, wie fast es ist, wie fast es ist, wie fast die Cruise Control ist set zu gehen. Hier sind die, hier sind die Instrumente die Fahrer hat in front of ihn, normalerweise. Und hier ist die Night-Display von der GPS. August 9. Ich denke... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.